Ich hab schon rot. Ey. Alles klar, noch einer. Okay, hab ich. Schnapp dir das Zeug. Da sind wir auch gar nicht. Ich fahr auch schon wieder zurück. Man hätte eigentlich... hochheben müssen, aber... Die machen wir platt, lang. Das ist ja aber auch asozial so zu sporen, ne? So richtig... Also irgendwie... Richtig fand ich das jetzt nicht. Aber dann sind hier so viele... Ich sag nur, ich hab meinen Arm. Ich seh jetzt schon rot, hab ich gesagt. Und da haben wir umgedreht und dann waren sie schon da. Ich hab auch... Ich dachte mir... Ich hab da gar nicht drauf geachtet. Das ging auf mein Klingen. Also der Ton, wenn das Arm an angeht. Und... Dann hab ich aber gar nicht drauf geachtet, weißt du? Mein Armband geht auch nicht an. Ich hab bloß gerade klingeln gehört. Hast du? Hm. Spieler? Nö. Okay. Mein Armband ist aus. Es leuchtet nicht mehr. Es leuchtet? Bei dir... Bei mir leuchtet auch deins. Deins leuchtet bei mir auch. Meins nicht. Oh. Ich hör draußen nach Steps. Eine Powerbank hab ich schon. Okay. Nochmal Schüsse von draußen. Okay. Hast du Fight dahinten? Ja. Blühwärmchen sind wieder auf dem Anmarsch. Also sie kommen wieder her. Einer zumindest. Der hat gerade die Fights bei unserem Spawn gemacht. Ja. Der war hinten. Kann sie proben. Ja, ja. Der wird wahrscheinlich jetzt hierher kommen. Guck mal. Irgendeiner soll ihm hochhelfen. Oh. Auf dem Turm? Wird geschossen? Was? Wer ist gestorben? Keine Ahnung. Es sind auf jeden Fall oben welche und auf der Straße noch welche. Oben auf dem Dings war noch einer. Das war jetzt unterhalb auf der Straße. Was labert der mich voll? Ich weiß nicht. Ich hör ihn auch. Ich kann ihn nicht abstimmen. Warte mal. Ich hab einen. Ich hab einen. Ich hab einen. Ich hab einen. Hast du ihn? Wollen wir ihn hochhelfen? Ja, ja. Helf ihm hoch. Der schreit schon die ganze Zeit rum. Häng in da, buddy. Ah, der schreit mich. 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 Du schreit mein Leben. Danke. Danke, Kronen. So. Na dann. Komm zurück. Hast du den anderen gelootet? Wir nächsten sehen, du erschossen hast. Nö. Vielleicht sein Maid oder so. Man weiß es nicht. Lass ihn machen. Naja, gut. Lass abhauen. Ja, ja, ja. Ich hab mich aufgenommen. Ein sehr guter Mann. Freut sich sehr gut, hat er gesagt. Ja, ja, ja. Du kennst ja ein bisschen Russisch, ne? Das verstehe ich noch. Aber sonst so mehr. Jetzt sind wir aus dem Kreis raus. Dann ist das Labern ausgegangen, ne? Hm. Sollen sie sich des Lebens freuen? Der freut sich auf jeden Fall. Hm. Unten auf dem Hof. Äh, hier. Aber ist so ein Gehirnloser. Ist so ein Gehirnloser. Hast du ihn? Nee. Na, warte. Ich hol mir mein anderes Gewehr raus. So, das war's. Okay, bring ihn um. Nee, kannst du machen. So ein Hirnloser. Nein, du brauchst doch die XP. Ach ja, stimmt. Hm. Hm. Das mach ich gar nicht. Ich schieß hier einfach immer nur Tode. Ja, aber die eigentlichen XP gibt's dann, wenn sie killst. Ja, richtig. So, ich komm zu dir. Ich seh dann eins. Er ist immer noch da hinten, ne? Mhm. Ja. Er ist längst sauer. Er lootet und kramt jetzt jede Patrone aus dem Rig raus. Schüsse von rechts. Aber ist auch wieder Gehirnlos. Ja. Ein Hirntoter. Schönes Gewehr. Okay. Bring ihn um. Mach es, mach du. Ich lauf da jetzt nicht extra runter. Ja, na gut. Auch ausnahmsweise, weil ich schon mal hier noch nicht bin. Nee, aber... Was hat er? Mit Schalldämpfer jedenfalls. Ne, ne SKS hat er gehabt. Mit Schalldämpfer, ne? Nö. Hä? Oh, da kommen sie über den Acker gerannt, da hinten. Komm, ich hab... Wo? Da hinten aber nen Golfplatz. Ah. Einer ist das. Das sind zwei. Ne, da sind zwei. Da sind zwei. Ja, aber das... Ja, aber die looten. Na ja, komm, machen wir uns vom Acker. Oder wollen wir sie wegmachen? Ne, wenn sie auf uns schießen, sind sie tot. Ja, er wickelt schon. Okay. Ich bin ja unten, wo bist du? Komm jetzt, komm jetzt. Er hat... Ich hat gesehen, dass ich ihn im Visier hatte. Wir auch weiß leuchten. Oh. Bei dem scheiß Hintergrund, weißt du? Ja. Er hat schon die ganze Zeit links und rechts gewickelt. Mhm. Er hat keinen Bock ab auf noch nen Fight. Haben wir toll gemacht. Guck mal, da... Wir sind schon... Ist ein bisschen schade. Ein paar gute Spiele haben wir schon gemacht. Mhm. Also auch vorzeigbarer, wenn du mal ein Video machst, weißt du? Ja, deswegen. Ich nehm ja auch alles auf jetzt hier. Das wird schon... Wir haben schon... Das hast du mir nicht vorher gesagt. Ist das nicht so, dass man einen immer vorwarnen muss? Naja, ist irgendwann mal auch gut, weil ihr wisst es ja nun alle. Naja, ist auch irgendwann auch mal gut. Naja, ich kann dir nicht jedes Mal sagen, ihr hört zu. Ich streame, das wisst ihr doch. Oder ich nehm Videos auf. Weißt du? Nein, das ist doch alles. Ich weiß, es war Spaß. Aber jetzt... Nicht, dass wirklich noch irgend so ein Held auf die Idee kommt. Das wirft ihm wieder lustig. Ja. Aber... Alter, was... Hat er auf dich geschossen? Ne. Die beiden schon wieder da hinten. Die Jungs. Ja. Ich hab ihn schon wieder gehört. Ich hab ihn schon wieder gehört. Ähm... Ach so? Nein, natürlich nicht mal. Acht, ich mach doch auch. Ich mach nur Spaß. Ja, aber hast recht. Man muss heutzutage ein bisschen aufpassen. So, du brauchst noch Powerpang oder sowas. Ja, ja. Wo ich jetzt noch los, wie die Stick brauche ich aber gar nicht. Ich... 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 Jetzt... Alter, aber wie? Das ist ein anderer. Meinst du? Alter, ich will nicht. Wie kann man die denn ausstellen? Ich glaube, du kannst... Speaker leiser machen. Du hast im Menü so Speaker. Im Audio Menü. Ja, ich will nicht. Ja, ich will nicht. Du bist nicht... Ich will nicht. Weil ich so ein cooler Typ bin. Wie komm ich denn rein? Komm ich kann nicht rein? Ja. Ich will nicht. Ich will nicht. Welches ist das? Interface. Mikrofon, ne? Mich hat was beschossen. Alter, jetzt lass das. Lass das mal. Ja, ich will nicht. Nein, danke. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Ja, er ist da. Ja, er ist da. Der ist da. Er ist da. Wer hat auf dich geholfen? Ah, das ist weg. Wer ist da? Ja, ich bin da. Ja, ich... Ich... Ich bin da. Kannst du mal anstecken? Ja, einfach. Ich bin da. Ja, jetzt haben sie uns erschossen, Alter. Ich auch? Ich habe mich gerade gut gemacht. Ah, ich bin da. Oh, ne? Ich bin da. Oh, mein Mann. Ich bin da. 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 Ihr seid. Sehr gut. Das ist der Weg. Und wenn du da. Er ist weg. Haben Sie ihn zurück. Ja, er hat einen. Er hat ihn zurückgenommen. Er hat ihn in der einen Barsch. Er hat ihn nicht. Er hat ihn nicht geschafft. Er hat ihn nicht geschafft. Er hat ihn nicht geschafft. Aber ich kann ihn nicht. Die gehen aber jetzt auf den Sack. Oh, scheiße, ich bin tot. Na ja, da muss ich mal gucken, ob ich mit Loot zurückkomme. Ich bin schon auf dem Weg, ich bin auf dem Weg. Okay. Hast du sie beide getötet? Nee, die haben mich ja umgelegt. Scheiße. Wo bist du denn? Die haben mich umgebracht, die Arschlöcher. Das war jetzt schon bei mir. Die habe ich erwischt, aber der andere rettet ihn jetzt. Okay, bist du noch am Leben? Nee, ich bin tot. Aber der andere hebt ihn jetzt schon wieder hoch. Also ich gehe noch mal rein mit Pistole, ich lege hier so ein paar Typen um. Nehmt denen ihre AKs und dann mache ich die Brüder kalt, Alter. Die Huren Söhne. Wir retten sie. Wir heben sie auf, weißt du? Wir heben sie auf, weißt du? Mann, ey. Die haben mich wieder getötet. Echt? Naja. Jetzt kann ich auch nicht mehr rein. Man kann nur einmal rein. Mann, keine Waffe hier. Ah, jetzt. Muss aber auch was sind. Drei Stück, ne? Wie, drei Stück? Drei Stück sind's. Das geht doch gar nicht. Doch. Sie spielen anscheinend mit die Russen da zusammen. Ach so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Einer war, ich habe einen erschossen. Dann hat mich einer von der anderen Seite mit dem Snipergewehr erschossen. Ja. Und jetzt gerade eben kamen zwei Stück an und haben den einen geheilt. Also müssen es drei sein. Mich haben sie getötet. Hätte man die hohen Söhne mal liegen lassen. Die haben sich verpisst. Oh. 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 Da die mir hier nicht entgegengekommen sind, glaube ich, sind die rüber zum Lake. Oh jetzt, jetzt extrahieren sie. Einen sehe ich noch. Ich habe keine Munition mehr. Nicht gut. Einen habe ich. Ich habe keine Ammo. Okay, habe ich auch. Sehr schön. Alter. Leck mich am Arsch. Eine gute Sache. Ja. Sehr. Das waren wahrscheinlich die zwei, mit denen der andere sich verbündet hat. Keine Ahnung. Kannst du haben. Das war auf jeden Fall ein Kuddelmuddel, weißt du? Mhm. Hm? Okay. Was ist das? Na ja, ein bisschen Zeug ist noch rausgeholt. Sehr schön, sehr schön.